Werde ich verfolgt? Nein. Das war nicht sehr nett. Warum kehre ich eigentlich nicht einfach zu Moonlight zurück? Es gibt wahrscheinlich doch noch heldenhafte Regungen in mir, die meinen, sie müsste unbedingt diese Person da retten. Wenn ich jetzt mal recht überlege, nö. So. Berserkerprobe fehlt immer noch. Schlitzerprobe fehlt immer noch. So sind Berserkerproben, fehlen noch die zwei. Wieso? Oh, du. Naja, wir wollen also... Hau den Spinner spielen. Hast du davon. Gut, Leute, kommst du auch nicht auf die Idee, dich zu wehren oder so, oder? Ne, einfach rumstehen. Wird ja schon irgendwie irgendwer erledigen. Helden heutzutage, gar nichts mehr wert. Die Infektion wurde in diesem Gebiet beseitigt. Gute Arbeit. Danke, ich mach mich auf den Weg zu S.H.I.E.L.D. und seh nach, ob Black Widow Hilfe braucht. Was ja jetzt überrascht, dass ich dich auch noch zu Ende gebracht habe. Du willst nicht gerettet werden. Okay, dann nicht. Nee, Farge ist das. Ich brauche nicht mehr Geierlinge besiegen, als ich schon habe. Was? Ich bin ignoranter Held? Nö, ich bin gar kein Held mittlerweile mehr. Aber das seht mich doch mal ein. Sogar unfähig voranzuschwingen. Die Techniker sollen die Barriere aufrechterhalten. Alle wartenden Piloten sollen sich bewaffnen und diese Stellung verteidigen. Wir dürfen hier nicht verlieren. Jeder Mann, der ein Gewehr bedienen kann, soll hier rauskommen und diese Stellung halten. Shield ist die letzte Hoffnung für Manhattan. Vielleicht für die ganze Welt. Bereit machen! Wow! Das gilt auch für dich. Die drei Tore sind die wichtigsten Verteidigungspunkte. Verdammt, sie greifen die Ermittler des Tors an. Spiderman, schalte sie aus, bevor sie es zerstören. Jawohl! Ja, toll. Noch wer? Achso, ich sehe schon. Ihr werdet mir gar nicht mehr angezeigt. Finde ich toll, dass die so doof sind und auch noch auf sowas reinfallen. Oh, genial. Ihr seid noch ganz in Ordnung, oder? Du dürftest mittlerweile schon wieder Probleme kriegen. Hör auf! Ja, doch, die Regierung hat wirklich alles unter Kontrolle. Das Rad, hier hinten ist schon wieder ziemlich die Kacke am Dampfen. Wo ist das doch? Ihr kommt aber auch nicht auf die Idee, mal auf die Leute zu schießen, die die Generatoren kaputt machen, oder? Wo ist das? Aufhören Aufhören Jaja, ihr macht mir eh nix Wow, hätte ich gewusst, dass ich mein Transivirt vom Symbiontenkörper hier Also Scheint ja ziemlich einfach zu laufen In dem Szenario hier Leute, ihr habt da drinnen Symbionten, wolltet ihr den nicht mal ausschalten? Jetzt schon zu zweit hier, ja? Hm Ach ne Aber sagt mir auch keiner, wie lange das dauern soll, oder? Hm Am Ende mach ich noch irgendwas falsch, das wär's ja Dann Aren't you na Das direkt Zu Schühe Luftangriff soll ich fördern? Okay. Oh, oh. Ich vermute mal, das ist dann der Brute. Ach du Scheibe. Au. Wie ist der denn schon wieder hier reingekommen? Du Hobby-Carnage-Venom-Kreuzung. Ich stand da noch? Oh, oh, oh. Sieh einer an, wir können die restlichen Upgrades endlich holen. Bombardieren die mich einfach, während ich dann noch mit ihre ganzen eigenen Leute... Hä? Hä? Nein, das waren nur Schallbomben. Deswegen sind doch überall nur irgendwelche Dings... Wie heißen die? Sandkörner aufgewirbelt worden. Genau. Wie die Schallduschen in Star Trek. Die töten ja auch nicht, die machen nur sauber. So, 4000 haben wir noch. Bodenangriff sieht schon ziemlich mau aus im Moment, aber ist ja nur der rote Anzug, der schwarz ist ja jetzt voll. So. 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 Das muss ich... ...dich ein paar Bluts verhauen, sodass wir die Probe endlich kriegen. Nein, ihr seid keine Roten. Da ist auch kein Roter. Gibt es die Roten überhaupt auf den Straßen? Das wäre jetzt natürlich auch noch so ein Ding, was sich lohnen würde zu wissen. Na egal, wir werden uns wahrscheinlich noch begegnen, früh genug hoffentlich. Oh, da, das sah gerade irgendwie... Moment. Was ist da unten los? Ah, ist gar kein unten. Ist ein... Aua. Ist ein an der Wand. Hat irgendwie was Lustiges, wie er einen besiegt, indem er versucht... Versucht... Also... Ich meine, es ist lustig, wie er seine eigenen Leute besiegt, indem er mich einfach in sie reinschmeißt. Ich meine, es dir liegt dir nur noch einmal... Für mich wurde den Kлеier auf dem Weg verloren. Ich bin der Weg betreut. Aber ich würde... Ich würde mich nur noch mal finden, woher du nicht... Ich würde mich nicht verletmen. Ich würde mich nicht verletmen. Hier ist auch etwas nicht verletmen. Du bist tot. Was produzierst du? Die Berserker oder was anderes? Hey. Ich habe dich was gefragt. Fall mal wieder runter. Wir gehen nach Harlem. Die Stadt sieht sowieso aus, als wäre sie schon längst vor die Hunde gegangen. Und das, obwohl, und ich habe es nicht vergessen, mein Kätzchen mir die alles, also alle, sie wollte mir die ganze Stadt schenken. Heute ist auch irgendwie der Wurm drin. Ich kriege manchmal wieder richtige Wörter aus dem Mund. Nee, nur Geierlinge. Noch mehr Geierlinge. Nee, er möchte gern Brut. Der Derli-Bugel. Oho, da will einer Spinne spielen. Ach, schade, du bist auch mal einer dieser Illusion. Wenn ihr wüsstet, wie hier die ganze Zeit mein Pad vibriert, ist es Wahnsinn. Die hätte ich mit MJ in Harlem. Die hätten auch sagen können, schwingen als andere Ende der Stadt. Nichten? floh. Ja. Nein, lost. Nein, Mann. Ganzes, Youth. Ich ander, alle? Höllen? Geier? Ich ruhe, ich ruhe. Wie ich da? Ich ruhe, ich ruhe. Ich ruhe, ich muss da, ich ruhe. Vielen Dank.